Moin Leute, jetzt zurück bei Welt von 2. Ja, jetzt sind wir auf NABU mit General Landow. Joa, ne, mal gucken, was hier abgeht oder nicht. Das verlangt auch nichts. Das ist ein einmaliges Angebot. Sie können jetzt gehen oder Sie helfen uns. Sie vertrauen uns an Ihrer Seite zu kämpfen? Was soll ich sagen? Ich glaube fest an eine zweite Chance. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihre Schiffe. Wir können nicht mal X-Flügler fliegen. Kein Problem für eine Spezialeinheit. Was ist die Alternative, Aiden? Also, ich brauche eine Entscheidung. Okay, keine Entscheidung zu sein. Und schon mal geht's los. Oh ja, NABU, die Heimatwelt ist verhaftet. Hier sind wir aber an der Führer ist da. Alle Jäger, beginnt euren Angriff. Rando, dein Timing ist jetzt fertig. Hier ist Prinzessin Leia Organa. Alle bei mir sammeln. Rando, schützen Sie die Prinzessin. Wir zerstören die Asche-Satelliten. Ich bin hinter Ihnen. Oh, das weiß ich. Aber wenn einer von Ihnen etwas versucht, schieße ich Sie persönlich ab. Glauben Sie, Sie könnten das? Man nennt mich nicht umsonst, Danger 1. Ich sehe eine Wärmesignatur unter den Zentralsatelliten. Das muss der Thermalenergiekern sein. Dann konzentrieren wir dort unsere Feuerkraft. Ey, Klaus ist! Ich sehe, da ist ein Geschwisterfall, Klaus von den Satelliten. Läuft, Gärte weg, so. Zweiter Satellit erledigt. Zweiter Satellit, jetzt auch weg. So, noch mehr. Möchte ich mal was hier? Hallo? Danger 5, Ihr Satellit abgeschossen. Wir haben noch viel vor uns. Weiter. Hier sind noch ein paar mehr. Nein, jetzt bin ich auf den Abbruch. Je schneller die Satelliten zerstört sind, desto früher ist sie sicher. Bestanden, Prinzessin. Danger 5, Danger 6. Vergiss sie nicht, Sie schießen jetzt auf TIE-Jäger. Bestätige. Danke für die Erinnerung. Auf Ihre Position, Delta 1. Ja, wir sind dabei, Schrift. Gut, zeigen wir dem Imperium mal, mit wem es sich anlegt. Wo, 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 wo. Kurs, wir neu anfliegen hier. Guter Schuss, Commander. Hey, hey, mit meiner Einheit ist sie kein Commander. Scheiße. Ja, ja. Zack. Na, wo ist ein bisschen sicherer geworden? Wir geben alles. Hm. Noch ein Satelliten weniger. Wir haben es fast geschafft. Und dann verschwinden sie. Stimmt's? Stimmt. Sobald die Satelliten weg sind, beschießt unser Großkampfschiff den Zerstörer. Die wissen, was zu tun ist. Sobald die Satelliten weg ist, ist das einfach alles schrocken. Am besten zerstören Sie zuerst die Verteidigungssysteme. Verstanden. Oh, oh. Verstanden, Staffelführer. Oh, ist die gebrüht. Satellit ausgeschaltet. Sektor sieht gut aus. So. Sind noch Satelliten übrig? Na, komm. Wir erledigen den Rest. Sie übernehmen den Sternenzerstörer. Verstärkung ist eingetroffen. Y-Land-Flügelbomber. Sorgt für Ihre Sicherheit. Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternenzerstörers. Hey, Sie geben mir keine Befehle. Alle Einheiten. Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternenzerstörers. Eine Gruppe Taljäger hat unsere Bomber im Visier. Fangen Sie ab. Leistung Unterstützung. Helft mir Ihnen. Äh, Sie müssen doch mal konzentriert hier. Ich weiß mich gar nicht. Weil, wie gesagt, ey. Ich weiß nicht, ja. Feine Markiere ist los. So, jetzt wird's. Mayday, Mayday. Wenn die Schilder weg sind, bringt die Restoration die Sache zu Ende. Die was? Unser Großkampfschiff. Allein hat das Gegeneinzerstörer keine Chance. Aber gemeinsam bringen wir die Sache zu Ende. Verstanden. So, der hat den Hut ausgesetzt. Wir müssen operieren hier. Ich hab den Dämmen schreit. Ne, hier noch. Hier sitzt einer. Okay. Hier. Achtung! Weißliche Schiffe nähern sich. Baut, wir sind ja nicht gegen die Steuerfliegen. Das ist ja so blöd. Welche Schiffe denn hier? Noch mehr Teiljäger! Helfen Sie mir! Geil, ich such die ja gerade, aber irgendwie fliegen die ja gerade doof in den Gegensraum nicht. Geht schon wieder. Die ganze Zeit haben wir zu Störer hoch. So, jetzt aber. Meterjäger. Noch mehr. So, jetzt aber, oder? Okay, immer noch mehr. So, jetzt aber mehr. So, jetzt aber mehr. Erster Schild zerstört. Neuer Anflug für den anderen. Was? Sie zerstören unsere Y-Flügler. Wir müssen sie verteidigen. Ich bin ja schon dabei. Ich bin ja schon dabei. Ich bin ja noch neuer hier. Neu jährigen Jährigen. Oh. Oh. Angriff ab. Restoration, Sie können angreifen. Alle anderen fallt wieder zurück. Ausgestoßen. Das ist nicht gut. Tut mir leid, sehen wir nicht alle den brennenden Sternenzerstörer? Das imperiale Protokoll sieht einen Sprung in Sicherheit vor. Diese Schiffe wollen nach Seed. Sie werden die Stadt attackieren. Alle so schnell wie Mönchig nach Seed. Wir haben vielleicht einen Weg, das alles hier zu stoppen. Oh. Da hinten alles an. Oh. Das ist leer. Ach ja. Das ist alles. Echt. Aber natürlich. All right. Danger 1. Wir vier müssen reichen. Kennt sich hier jemand mit Maschinen aus? Ja, ich. Sie gehen mit mir. Ähm. Feed hat ein Verteidigungssystem. Irgendwas, um das Imperium aufzuhalten. Aber der Sturm hat Energierelais in der Stadt beschädigt. Bis sie repariert sind, können wir gar nichts aktivieren. Wir teilen uns auf, reparieren die Relais und danach treffen wir uns am Palast. Klar. Ja. Verstanden. Was aktivieren wir denn? Etwas, das das Imperium aufhält. Wie heißen Sie, Soldat? Del Miko. Del. Imperiale Verstärkung sammelt sich in diesem Sektor. Wir können sie stoppen, aber sie müssen diese Relais reaktivieren. Ja, man. Alles klar. Und das sehen wir im nächsten mit, weil das ist hier eine neue Mission. Ja, wir sind ziemlich schnell zu Rebellen gekommen hier. Wir kämpfen auf deren Seite. Wird ihr noch? Wir sind noch! 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 Wir sind noch!